Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Tutorial. Ich wollte euch zeigen, wie mein Zimmer aussieht, womit ich aufnehme, was ich für Spiel habe und da ein kleines Einführungsvideo. Also zunächst, wie ihr seht, hier ist meine Playstation, da Playstation 3, wie man sehen kann, ne? Drei, ja. Meine Playstation. Mein Receiver. Und, ja, das könnt ihr vielleicht auch noch aus einem anderen Video, aus meinem Mumy-Videogelberanschluss. Das wird hinten am Fernseher dran gesteckt, damit ich, wenn ich ein Video aufnehme, dass ich dann auch noch das Spiel sehen kann. Das geht ja von der Playstation da unten, wie ihr seht, das Kabel hier hin und dann tue ich es in den Fernseher da hinten reinstecken. Aber alles für den Video. Müsst ihr euch mal angucken. So, das ist ein bisschen unruhlich, aber hier, ach, ja, so Sachen jetzt tun. Hier ist mein Mumy-Videogelber. Mumy. Das läuft auch hierher, hinterm Fernseher, da rein. Hier ist mein USB. Hier ist mein anderer, der ist heute gekommen. Ja. So, hier sind so ein paar Spiele, aber die kennt ihr auch alle, aus dem letzten Video. Dann haben wir hier, hier mein Laptop. Laptop, wo ich auch alles aufnehme, mit meinem ganzen Programm. Hier habe ich Wapps. Ich kann täglich durch im Rindern oder City, Gimp, Kyberlink. Und, ja. So. Dann ist hier meine Spielregel. Mit sind noch ein paar Spielen hier, die ich hier noch drin habe. Äh, waren aber nicht zur Top Ten. Das, weil ich finde, die kommen noch nicht da hin. Ich finde die nicht so gut zur Top Ten. Könnt euch mal angucken, Ruhe. Ja. Könnt euch hier mal angucken. So. Da oben haben wir auch noch zwei. Jo. Okay. Dann ist einmal hier. Die Batman-Statue. Ja. Mit. Okay, das Ding habe ich hier. Und hier unten drin. Die CD, also das Video. So. Hier ist ein paar Ding. So. Hier ist meine Dartscheibe. Hier sind noch ein paar Spiele. Hier. Äh. Darf ich noch mal rein. So. Mal noch das Rest da noch. So. Ein paar. Hier sind Filme alles. Filme. Mein Lego. Mein Hühnchen. Da draußen ist regnet gerade. Es ist nicht gerade. Schön. Ja. Dann nehmen wir mal eine Anlage. Jo. Ja und das war jetzt hier meine Kamera. Mit der ich meine letzten Videos aufgenommen habe. Ähm. Äh. Meine letzten Videos mit. Ach ja. Mit dem Spiegel. Also wo ich mir jetzt den Top Ten vorstelle. Mit dem Videograuber. Und wie Anschluss und so. Habe ich hier mitgemacht. Jetzt mache ich es aber mit einer anderen. Kamera wie ihr seht. Die auch HD macht. Könnte dann. Besser. Ja. Könnte mal einen Fernseher. Äh. Könnte jetzt nichts. Ja doch Orion. Könnte ein bisschen erkennen. Glaube ich. Ne. Schaut mal. Ja. Jetzt könnt ihr es gut sehen. Schaut da. Orion. Ist ein guter Fernseher. Kann man gut drauf spielen. Mal hier. Habe ich meinen. Playstation 3 Controller. Und wie ihr seht. Dann noch mein. Rote. Ja. Und dann hier noch. Ein paar Spiele. Ja. Das war zu diesem Video. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.